Also wie es aussieht lässt es ein bisschen... Ärmel hoch und los! Zeit zu sterben! Herr der Ruhne? So, was kostet nochmal ein Schützenturm? Der kostet ein bisschen was. Dort entlang! So, hier aber erstmal ein Holz, eine Sägemühle. Ärmel hoch und los! Und da kommen schon wieder die nächsten Speer. Gebäude wurde errichtet. Dort entlang! Dort entlang! Okay, das heißt wir fangen an hier Verteidigungstürme zu errichten. Wird sofort erledigt! Um so wenigstens die Seite dicht zu kriegen erstmal. Kämpft! Gebäude wurde errichtet. Was wünscht ihr? Kein Problem! Weil wir an der Seite kommt ja schon einiges. Gehen wir es an! Oh, der läuft weg. Das ist nicht gut. Kämpft! Oh, er kommt zurück. Das ist besser. Zeit zu sterben! Zurück mit euch! Da häuft er wieder weg. Gebäude wurde errichtet. Ärmel hoch und los! Oh, jetzt muss ich hier unten wieder hin. Ja? Gehen wir es an! Achtung! Okay, ich brauche mal Berserk. Jetzt läuft der weg von mir. Ach, jetzt kommen wir auch noch Schildwachen. Das ist lustig. Ja? Also das ist überhaupt nicht lustig, hätte ich gesagt. Gehen wir es an! Was wünscht ihr? An die Arbeit! Ja? Ja? Ja! Ja? 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 4 die Stadt wird angegriffen Achtung die Stadt wird angegriffen Ok, das ist echt stressig gerade Gebäude wurde errichtet verfügt über mich habe verstanden an die Arbeit die Stadt wird belagert Gebäude wurde errichtet verfügt über mich die Stadt wird belagert gehen wir es an die Stadt wird angegriffen Komm, mach die Schildwache weg schon auf dem Weg Ihr errichtet mir hier ne Schmelze Ach ne, so müssen wir die errichten Verteidigt unsere Stadt Herr der Ruhne Und da brauchen wir auch gleich mal welche die uns ein mittleres Haupthaus errichten Verteidigt unsere Stadt Verteidigt unsere Stadt Gebäude wurde errichtet Herr der Ruhne Gehen wir es an Ihr ein mittleres Haupthaus Wird sofort erledigt Und hier eine Biene? An die Arbeit Verfügt über mich Gehen wir es an Hier bin ich Hier bin ich Vielleicht doch lieber mit dem Türmen an der Stelle nicht geizen Ärmel hoch und los Hier Zeit zu sterben Die Stadt wird belagert Zu Dienst Ärmel hoch und los Was wünscht ihr? An die Arbeit Noch ne Schildwache Noch ne Schildwache Kommen mir jetzt nur noch Schildwachen oder was? Ähm Ja Zurück mit euch Ihr Bitte den Aria schreien Wir brauchen sowas von dringend Paladine Was wünscht ihr? Auf geht's! Hier bin ich Hier bin ich Habe verstanden Oh ja Das wird Klasse Der rette mich weg und holt Hilfe Zurück mit euch Zeit zu sterben Ja Für Paladine Was brauchen wir? Ich hab mir das nichts und ne Rüstkammer Ich hab mir das nichts und ne Rüstkammer Zu Diensten Äh Zu Diensten Gebäude wurde errichtet Gebäude wurde errichtet Verfügt über mich An die Arbeit Kein Problem Tempel des Lichts Tempel des Lichts errichten Da kommt ne neue Schildwache Ich brauch 5 Paladine wenigstens da oben Dafür habe ich auch fast schon die Rohstoffe Wobei ich eigentlich eher erst Maria bräuchte um An die Arbeit Die Paladin abzubilden Weil das Schlammschwert ist wichtig Gebäude wurde errichtet Bin unterwegs Schon auf dem Weg Nahrungslager Schon dabei Hier hin Muss ich Angst haben, weil sich hier oben nichts mehr tut gerade? Neue Fähigkeit verfügbar Also irgendwie bin ich ja froh, dass sich hier oben nichts mehr tut gerade Aber trotzdem Kein Problem Kein Problem Gebäude wurde errichtet Habe verstanden Achtung Dann fangen wir mal an hier zu zu machen Herr der Ruhne? Äh... Grinderzucht? Äh... Fischerzunft? Äh... Ärmel hoch und los! Okay, da kommt jetzt ein Totensammler herbei Okay, da kommt jetzt ein Totensammler herbei Und wir können unsere ersten fünf Paladiner ausbilden Hier bin ich Schon auf dem Weg Gebäude wurde errichtet Was wünscht ihr? Gehen wir es an Gehen wir es an Errichten wir zwei Sechserblöcke jeweils Warum macht es mir jetzt... Gebäude wurde errichtet Solche Angst, dass wir hier unten so viel Ruhe haben Schon auf dem Weg Frag ich mich gerade Ahja, noch einen Schießstand nachher bauen Ausbildungen Und dann auch noch einen Schießstand Und dann Vielen Dank.